Der eine ist a special one, der andere ist a normal one. I'm the new one. Ja, wir sind ja die ältesten, habe ich gelesen. Also wir sind ja die, was sind die Oldies? Aber so schlecht schauen wir gar nicht aus, finde ich. Guck mal, wenn die andere mal so alt sind, dann will ich mal ein Szenenvideo aussehen. Sie gelten zumindest in Italien auch als Zauberer, so werden Sie derzeit wahrgenommen. Fühlen Sie sich denn auch selbst ein bisschen in der Haut des Harry Potters von Borussia Mönchengladbach und haben Sie vor? Ich habe hier glaube ich so eine kleine Kindheitsnarbe. Ich bin mal irgendwie als Dreijähriger in so einen Zaun reingelaufen, aber ja, sonst bin ich nicht größer gezeichnet mit Narben auf der Stirn. So, klick Google. Instead of make stupid questions, klick Google and try to find. Now you spoke about the third season and I'm telling you that the question is stupid because the third season is what I told you. No, I know the point. The point is that the question is stupid. I'm sorry. War das heute das erste Mal, dass Sie auf den Punkt unter dieser Anspannung das Spiel für sich entscheiden konnten. So, das war's mit der Kappe. Weil jeden Tag Sie lesen, alles ist einfach, wir sind viel besser, wir sind Deutscher Meister, wir sind Pokalsieger, wir sind schön, wir sind Wahnsinn, wir sind Wumm, wir sind in Oktober. Macht's großen Spaß. Vielen Dank. Sie sind ja noch jung, vielleicht klappt's nochmal mit dem Trainerposten. Habt ihr hier schreit? So, gibt es noch weitere Fragen? Ja, so bei uns ist es. Ist nur Fassade, ne? Ich bin ein normaler Typ. Ich bin von Black Forest. Ich bin von Black Forest. Meine Mutter sitzt in front of the television and watched this press conference. Ich habe noch keine Worten bis jetzt. Aber sie ist sehr stolz. Sie ist sehr stolz. Ich bin ein normaler Typ. Ich bin der normaler Typ. Vielleicht, wenn ihr das wollt. Ich komme nur deshalb, nicht nur wegen Lothar, wegen dem FC Rehmscheid. Und für mich gibt's nur eins, Fußball-Fußball. Man geht auch mal Freitag mal schön weg, ballert sich den Arsch voll auf Deutsch gesagt, Entschuldigung für diesen Ausdruck, aber nicht mehr bei mir. Wir haben eine Mammutaufgabe und da brauche ich Leute, die sich nicht nur den Allerwertesten aufreißen, die für den FC Rehmscheid. Den Gefallen tun und sich dem Allerwertesten nochmal aufreißen. Großkotze. Die brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht. Was ich jetzt brauche, sind Kerle mit Eiern in der Buchse. Ich kann in den Köpfen der Spieler ja eins sagen, dass sich andere Zeiten ja in Rehmscheid ändern. Jobs-Live. Bis zum nächsten Mal.